Jo Tester, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video und wie ihr wahrscheinlich schon gelesen habt, ein kleines, ganz kurzes Review, vor allem zu der Version 0.13.1, wie ihr hier links unten schon seht, die ist nämlich letzte Woche rausgekommen und ich will euch mal ganz kurz zeigen, für die, die es jetzt noch nicht irgendwie gesehen haben oder wissen, was denn da neu ist, das Grundlegende, was neu ist, sieht man eigentlich schon und zwar der Stadtbildschirm, was ich ziemlich cool finde und zwar sind die Optionen und Skins jetzt nicht mehr hier rechts unten bei den Einstellungen mit drin, sondern wir haben hier diese zwei Buds, Datenoptionen und Skins und hier rechts unten haben wir nur noch die Sprachen, also wo wir die Sprachen ändern können und so weiter und hier haben wir jetzt halt Optionen und Skins. Das zweite, was neu ist, sind Skins und zwar gibt es diese neuen Skinpakete, hier steht ja auch Neo dran und zwar haben wir schöne Weihnachtsskins, wir haben, was ich ziemlich cool finde, einen Steve und einen Alex, wie ist der Alex, ich glaube Alex Skin, in Weihnachtsformat, was ich echt cool finde, weil irgendwie, dass diese Standardskins sind, aber die halt trotzdem umgeformt, die sehen zwar ein bisschen auch im Gesicht so ein bisschen anders aus, ähm, aber, ja, also so ist es ziemlich cool und dann halt so ein Weihnachtsmann-Skin, müsste man jetzt kaufen, äh, weiß nicht, Weihnachtsfrau-Skin, ja, Mrs. Claus, Santa Claus, Mrs. Claus, Wallisch-Warm-Pulli, äh, rote Nase, Minecraft-Wisch, Minecraft-Michtel, ähm, okay, äh, dann haben wir noch ein, noch ein Weihnachtsmann? Also, ein Weihnachtsmann und das andere ist ein Santa Claus, okay, ich kenne den Weihnachtsmann so, wie Santa Claus aussieht, na egal, dann haben wir noch eine Weihnachtsfrau, äh, ein Tomte oder eine Tomte, was immer das so ist, dann gut gefüllt, ne, gut gefüttert, äh, wahrscheinlich warm und cool, ne, süß, ne, heiß und cool, äh, hier drüber, drüber war wohl, wie heißt das, Wohlfühl, bequem, Parker, lecker Lebkuchen und Lebkuchen-Creeper, genau, okay, und sonst wurden, äh, einfach nur noch ein paar Bugs, Bugs gefixt, das heißt, äh, ein paar Fehler behoben und das war's auch schon von dem Update, was da groß neu ist, äh, bald kommt dann irgendwann mal die 0.14 raus und was da noch schönes Neues dazu kommt, äh, das werden wir auf jeden Fall noch sehen und ich bin auf jeden Fall gespannt drauf, also, könnt ihr euch bestimmt mal irgendwann drauf, freuen, wenn's denn dann mal irgendwann kommt, ja, also, danke für so sehr, Leute, ich hab mal bei Facebook, Twitter, Instagram und meiner Website vorbei und wenn's euch gefallen hat, dürft ihr natürlich auch eine Gefällt mir ein Abo oder ein Abo da lassen, äh, danke für so sehr und tschüss, bis zum nächsten Video, ciao.